Mein Name ist Jeremy Warner und das ist meine Geschichte. Als kleines Kind war ich hyperaktiv und ständig am Herumrennen. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich zum Laufen geboren bin. Ich bin für meine Schule gelaufen und für meine Uni. Jetzt laufe ich für mein Land. Und auch mit 70 möchte ich noch versuchen, ein bisschen zu laufen. Manche Leute fragen mich, warum ich laufe. Ich frage, warum sie aufgehört haben. Ich frage, warum sie aufgehört haben.